Willkommen beim Geld. Der heutige 1. November ist für viele ein Anlass, um auf den Friedhof an Gräber zu gehen und an verstorbene Verwandte, Freunde und Bekannte zu denken. Gerade so wichtig ist allerdings, dass wir uns auch rechtzeitig mit unserem eigenen Tod auseinandersetzen und unseren letzten Willen regeln. Das Leben ist meist weniger planbar, als wir alle meinen. Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können plötzlich zu einer unerwarteten Wende auf dem Lebensweg führen oder sogar den Tod bedeuten. Über solche Schicksalsschläge kann man jeden Tag in der Todesanzeige lesen. Wichtig ist, dass man seinen letzten Willen verfasst und auch sonst für seine Liebsten vorgesorgt hat, bevor es definitiv zu spät ist. Ein Testament ist eine Möglichkeit, um von seinen Angehörigen Abschied zu nehmen und dafür zu sorgen, dass es unter Nachlass kein Missverständnis oder sogar Streit gibt. Was muss man beim Verfassen eines Testamentes genau beachten und wie kann man mit einem Legat über seinen Tod noch etwas Gutes tun? Ich begrüsse Sie, Hans-Jürgen Freund, Generalgemeinde bei der Helvetia St. Gallen-Ost. Was sind die wichtigsten Elemente, die wichtigsten Punkte, damit ein Testament wirklich gültig ist? Zuerst einmal ist die Form wichtig. Das Testament kann man bei einer Notar oder einem Gemeinschreiber machen. Hier werden zwei Zeugen beigezogen und diese verfassen. Das ist ein sogenanntes öffentliches Testament. Dann kann man den letzten Willen aber auch selbst verfassen. Handschriftlich ist das wichtig und sämtliche Personen, die darin erwähnt sind mit Geburtsdatum, mit Bürgerrat, dass es möglichst unmissverständlich ist. Das ist wichtig. Ebenfalls wichtig ist, wenn man es selbst schreibt, dass das Datum und die Unterschrift vollständig drauf ist. Und eben handschriftlich, das ist ganz wichtig. Das Testament bringt nur etwas, wenn man es im Todesfall dann wirklich findet. Wo tut man ein Testament am besten aufbewahren? Zuhause, beim Notar oder auf der Gemeinde? Man kann es bei einer Vertrauensperson aufbewahren, man kann es bei einem Notar, bei der Gemeinde aufbewahren. Wenn man es privat zuhause aufbewahrt macht, sind es dort, wo die persönlichen Anlagen sind, damit man es dann auch rechtzeitig findet. Wenn man es bei einer Kanzlei oder bei der Gemeinde hinterlegt, dann kostet es meistens eine kleine Gebühr. Dann hat es aber den Vorteil, dass A gut aufbewahrt sind und B auch nicht unterschlagen werden. Linden kann man den Verlust für die Angehörige auch, indem man für diese vorsorgen. Wann sind Lebensversicherungen sinnvoll? Lebensversicherungen sind natürlich generell sehr sinnvoll. Im Besonderen ist jetzt hier aber wichtig, dass man eine Lebensversicherung hat, wenn es um finanzielle Abhängigkeiten geht. Also wenn eine Familie abgesichert werden muss, eine eintragende Partnerschaft muss abgesichert werden, allenfalls ein Geschäftspartner oder eine Hypotheke. Bei den Lebensversicherungen ist es noch so, die reine Todesfallversicherung, also die, die keinen Sparteil drin hat, die ist nicht pflichtteilsrelevant. Das heisst, das, was dort drin im Todesfall ausgezahlt wäre, kann man so einsetzen, wie es in der Begünstigung besteht. Vielen ist auch daran gelegen, dass sie über den Eigentot heraus etwas Gutes tun können. Möglich ist das über ein Legat. Das sind finanzielle Zuwendungen für Privatpersonen oder für Wohltätige, Stiftungen und Organisationen. Ein Beispiel dafür ist das Benediktinerkloster Fischingen im Kanton Thurgau, wo keine Kindersteuer bekommt und für den aufwendigen Unterhalt und Pflege von den kulturell wertvollen historischen Klostergebäuden auf eine Spende angewiesen ist. Mittels einem Legat kann man sicherstellen, dass ein Teil vom Nachlass an Stiftungen wie die vom Kloster Fischingen zugut kommt. Ja, Hans-Jürgen, Freunde, jetzt kann man ja nicht sein ganzes Geld haben, wohltätige Organisationen geben. Es gibt ja auch noch Pflichtteile, die man berücksichtigen muss. Was für Freiheiten hat man? Es ist so, Nachkommen, Ehegatten und Eltern sind mit einem minimalen Anteil an einem Neob berechtigt. Diese kann man jetzt auf den sogenannten Pflichtteil setzen. Das ist der minimale Anteil. Und das ist das Nachlassvermögen. Abzüglich diesen Pflichtteilen gibt es dann die freie Quote. Und die freie Quote kann beispielsweise eben verwendet werden für Legat. Wichtig ist, dass Legat aber ausdrücklich erwähnt werden in Testamente. Manchmal werden sich Verwandte, die sich gegenseitig in den Haaren legen, enterben. Ist das wirklich so locker möglich? Nein, es ist nicht so locker möglich. Wenn man möchte, das EOB schmälern oder ganz inzwischen braucht es einen gesetzlichen Grund für eine Enteobung. Das bedeutet, ein EOB, der beispielsweise eine schwere Straftat an einem EOB-Lasser oder einer nachstehenden Person begangen hat, oder Eheleute, die eine strafbare Vernachlässigung von Unterhalts- und Bestandspflichten begangen haben, die können in diesen Bereich hineinkommen. Da ist aber wichtig, dass man auch im Testament festhalten, warum das EOB geschmälert oder sogar entzogen werden. Jetzt haben wir vorhin noch vor Legat gesprochen. Wie kann man ein Legat an wohltätigen Organisationen machen und so über den Eigentod heraus gut zu tun? Wir hatten es vorhin von der freien Quote. Im Rahmen der freien Quote, wenn man eine Organisation begünstigen möchte, macht es Sinn, dass man einen Betrag definiert in dem Rahmen der freien Quote und das so festhaltet. Und wichtig ist auch, dass der Begriff vom Legat erwähnt wird, weil ein Legat hat die Eigenschaft, dass man vom EOB profitieren kann, ohne dass man Teil der Eerbergemeinschaft wird. Danke vielmals für die Tipps. Danke schön. Die aktuellen Rekordtiefenzinsen sind für die Sparren ein Ärgernis. Für alle, die einen Kredit brauchen, sind es hingegen ein Sagen. Sie zahlen historisch wenig Zins für das gleiche Geld. In der nächsten Woche reden wir über das heikle Thema Kredit. Wann sind sie sinnvoll und wo liegen genau die Stolpersteine, wenn man fremdes Geld aufnimmt? Antworten fahren Sie heute in der Woche.